Herzlich willkommen meine Freunde zum Ethereum und Litecoin Update. Ich weiß, das klingt bescheuert, aber jeden Morgen gucke ich mir persönlich mein Video von gestern an. Und ganz ehrlich, wer die letzten Tage nicht diese Videos gesehen hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Was habe ich euch gestern gesagt? Ich habe euch gestern gesagt, schließen wir eine Kerze. Hier unter dieser Marke sehe ich als erstes die 2200 kommen. Und falls wir diese Marke nicht halten können, sehe ich hier die 2150 kommen oder unsere diagonale Linie anlaufen. Meine Güte Leute, jetzt mal ganz ehrlich, es war ein Move von 6,2% ungefähr. Da hätte man richtig schöne Gewinne mitnehmen können. Also ganz im Ernst, wer jetzt immer noch nicht sieht, welchen Content ich euch biete, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Gehen wir jetzt ganz kurz auf die aktuelle Lage ein. Die aktuelle Lage beim Ethereum ist so lala. Wir haben unsere wichtige diagonale Support-Linie gebrochen. Wir haben die wichtige horizontale Support-Linie bei 2150 durchbrochen. Und wir haben hier ebenfalls unsere diagonale sehr, sehr wichtige Support-Linie ebenfalls nach unten hin durchbrochen. Allerdings haben wir noch keine 8-Stunden-Kerze mit einem Follow gesehen nach unten hin. Was erstmal positiv ist, wir halten diese Marke auch aktuell. Auf dem 15-Minuten-Chart habe ich euch genauso wie bei Bitcoin das nochmal folgendermaßen eingezeichnet. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Korrektur und haben dann eine etwas absteigende diagonale Linie, beziehungsweise in dem Fall 2. Die erste davon haben wir jetzt gerade nach oben hin durchbrochen und versuchen, diese möglicherweise als Support zu bestätigen. Das heißt, dass wir uns dann auf dem Weg zur sehr, sehr wichtigen Marke von ungefähr 2150 oder dieser anderen diagonalen Linie befinden. Ich sehe jetzt folgendes. Falls wir... Und das ist alles immer nur ein Falls. Falls wir diese Marke jetzt hier halten, 2120 ungefähr, das heißt, sprich, auch diese diagonale Linie hier als Support bestätigen, sehe ich, dass wir unsere ganz, ganz wichtige Marke von 2150 anlaufen. Werden wir diese brechen? Nach oben hin? Ich sage einfach mal, ja, sehr gerne mit einer 1- oder 2-Stunden-Kerze sehe ich, dass wir erstmal Momentum haben, die auf unserer Seite ist, und zwar bis zu dieser diagonalen Linie, die ungefähr bei 2200 dann verläuft, je nachdem, wie schnell wir uns nach oben bewegen. Kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt straight nach oben gehen, dass die bei 2250 ist, oder dass, wenn wir uns langsam nach oben arbeiten, dass diese erst bei 2200 auf uns treffen wird. Allerdings ist es auch einfach so, dass diese Marken sehr, sehr wichtig sind. Erstmal müssen wir durch diese Diagonale durch, und dann durch unseren wichtigen, horizontalen und zweiten diagonalen Widerstand bei 2150, dann sehe ich, dass wir auf die 2200 ziehen. Nach unten ist das Ganze natürlich viel einfacher und sehr, sehr schnell erklärt. 1-Stunden-Kerze schließen wir aktuell nicht über dieser Linie, das heißt, wir bestätigen diese wahrscheinlich auch nicht als Support, das heißt, wir werden dann wieder runterkommen auf die absteigende diagonale Linie, die wir mit einer 8-Stunden-Kerze nicht unterschreiten sollten, die ungefähr bei 2100 verläuft. Falls wir diese wirklich mit einer 8-Stunden-Kerze brechen und da drunter bleiben, sehe ich 2070 und dann eigentlich die Support-Zone zwischen 2050 und der psychologischen, wichtige Marke von 2000. Wenn wir die 2000 brechen, 1928. Litecoin, Litecoin sieht auf dem Daily schlecht aus. Wir haben diese absteigende diagonale Linie hier, das eine Daily-Resistance-Linie ist, nicht nach oben hin durchbrochen. Nein, wir haben auch jetzt hier eine diagonale Support-Linie, nach unten hin durchbrochen und eine horizontale, relativ wichtige Marke von 136. Wir sind aktuell bei 130, das uns auch noch ein bisschen Support bietet. Dieser geht bis ungefähr 128, wenn wir den nach unten hin durchbrechen. Kommen wir als erstes die 120 und dann eigentlich die 100. positiv sehe ich, dass wir aktuell diese wichtige Marke von 130 verteidigen und falls wir diese halten, kann ich mir vorstellen, dass wir dann nochmal hier unsere Resistance anlaufen. Bei 136, die sowohl jetzt oben von der Diagonalen kommt, als auch horizontalen Widerstand bietet. Wenn wir diese nach oben hin durchbrechen, erstes Ziel, ungefähr 150 und davor würde ich auch eigentlich keine Long nehmen. Zur Short-Seite ganz klar brechen wir die Marke von 128. Mit einer 8-Stunden-Kerze werden wir wahrscheinlich die 120 sehen. Halten wir diese nicht, durchaus auch die 100. Das war ein sehr kurzes Update für Ethereum und Litecoin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wenn euch der Content gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch, ein Like oder ein Abo, falls ihr keine Abonnenten seid. Aber natürlich, wenn euch die bezpieilige Durk die Schweden gerade treffe! Und da meine Moore es funktioniert!